Wurde Splitt 3 irgendwas geändert beim Ranked Reset? Ja, es gibt nen Hard Reset dieses Mal für High Elo. Alles über Platin. So, es ist der perfekte Zeitpunkt, um unser Gehirn nochmal zu fordern. Zeit für ne Runde Schach, Leute. Oh fucking God. Das ist bad, der gewinnt hier überall alles. Und jetzt nicht mehr, no? Ha! Ha 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 ha! Yes! Let's go! Oh my God. Naja, ein Klassiker von mir, ne? In der Philly Door Defense. Ganz normaler Klassiker in der Philly Door. Schach durchgespielt. Ich weiß nicht. Schreiben wir unseren Preffen mit Sprüchlein rein. Aber ich weiß nicht, mein Account sieht... Ich kann den nicht mal mehr reinschicken. Weil ich sehe aus wie Captain Hardstuck in Diamond 2. Der sieht nicht mehr gut aus, der Account. Sondern es handelt sich um Captain Hardstuck, Briss. Wir können auch theoretisch einfach sowas wie Weiger Bot spielen. Okay, okay. Syndra Ben und dann Weiger Bot vielleicht. Das ist ja... Das ist der Unterschied. In High Elo haben sie nicht nur LP, sondern auch die MMR verloren. Genau, ja. Also praktisch in High Elo gab es einen sogenannten Hard Reset. Das bedeutet, dass du alle Leute, die in einem gewissen... Also die über einer gewissen Grenze sind, wurden einfach komplett zurückgesetzt. Das heißt, wenn du ein Challenger-Spieler warst vor dem Reset, dann hast du dieselben Gains wie jemand, der Diamond 1 davor war. Das ist genau, was passiert ist, ja. Also die haben praktisch alle wieder auf einen Nenner gebracht. Und das sorgt eben dafür, dass die Games gerade wahnsinnig hart sind und du kriegst jetzt auch sehr viel weniger LP als davor. Wieso? Weil sie der Elo-Inflation in High Elo entgegenwirken wollten. Tja, jetzt hat unser OTP seinen Champion nicht mehr. Go mit. Ich meine, ich kann natürlich auch Weiger-Mitte spielen, wenn er möchte, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sagst du, Argorin ist Elo-Inflated? Ne, ne, Argorin ist nicht Elo-Inflated. Ähm, aber wisst ihr, was Argorin ist? Oh mein Gott. Wenn Argorin verliert, ist er da mit 1. Unser Draft tut mich jetzt nicht so ab, aber nichts, was King B gar nicht lösen kann, ja. Natürlich sehr unlucky, dass die Gegner einen Talon-OTP haben und wir auch einen Talon-OTP. Ein guter Liz Larspeck, na gut, das ist ein autofülltes OTP, der seinen Champion nicht bekommen hat. Also, wir gewinnen dieses Game nur, wenn wir Top-Land crushen. Nice. Phenomenal Evil Power. Plus zwei, baby. Oh, da hätte ich auch beide hitten können. Schade. Oh, really? Jetzt gehe ich einfach Base und TP-Bot. Hat er, dass ich nicht nochmal den Double-Hit gekriegt habe da? Ich glaube, die Bot-Land wird relativ hart, ne, sogar. Wir wollen hier einfach auf der Lane chillen, äh, im Optimalfall. Äh, und ein bisschen poken. Und die, tatsächlich ist die Ashe jetzt schon relativ low, was ziemlich nice ist. Also, wenn wir diese Doppel-Qs durchbekommen, ist sehr, 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 sehr gut für uns, ja. Oh, das ist greedy von Pizzing. Die Frage ist, gehen wir für den neuen Tank-Weiger oder gehen wir für den Full-Burst-Weiger? Das ist die richtig wichtige Frage. Hm. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich mag diesen, also ich habe diesen Fimbel-Winter-Bild jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich den absolut terrible fand in den Games, in denen ich ihn gesehen habe. Der, der Fimbel-Winter-Weiger. Der wirkte sehr, 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 sehr schlecht. Oh, das ist eine Katastrophe, natürlich. Wir haben alle direkt solo gestorben. Das ist okay, wenn sie rauskommt, ist das fein. Es ist nur einfach wichtig, dass nicht beide sterben. Wieder die Top-Land 2V1. Oh, das ist so big. Okay, never mind. Das ist sogar worth, was oben passiert ist, weil die jetzt alle gestorben sind. Der ist gestorben und die Wave stackt zu unserer Fiora. Das heißt, tatsächlich ist unsere Fiora jetzt ahead oben. Das ist sehr, sehr big. Ist deine Krippe schon weg? Ja, mir geht es sehr, sehr gut wieder. Also, ich glaube, ab heute bin ich wieder gesund. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich war auch beim Sport heute. Ist wieder völlig in Ordnung. Hättest du gedacht, dass T1 das erste Game verliert? Ja, klar. T1 sieht nicht gut aus, leider. Ich hoffe, dass sie irgendwie so ein Miracle-Run bekommen können. Aber du musst halt realistisch sein. T1 sieht sehr schwach aus, leider, zurzeit. Ist wahrscheinlich das schwächste asiatische Team, das da ist, leider. Ich meine, jeder, also ich würde sagen, jeder hofft halt, dass T1 irgendwie defy the odds oder wie man das nennt. Aber es ist halt, es sieht einfach nicht gut aus für T1. Und damit für die Welt. Scheiße, ey, das war so greedy von Ego-Moved, aber klappt natürlich, wenn ich alles verfehle. Absolutly stunning, Breeze. Genau, was wir sehen wollen. Gute Arbeit, Mr. Milkshake. Top-Land ist ja ein gutes Stück Ahead. Das heißt, wenn der da jetzt nochmal auf den Slow-Push oben anspielen könnte, wäre natürlich richtig geil, ey. Überleg mir, ob ich einfach direkt Sorg-Boots baue. Ich glaube, wir probieren mal wirklich Full-Burst zu bauen. Also Sorg-Boots into Ludens, into Lost Chapter, into Gegner-Tot. Ich hoffe auf G2 oder Gen.G. Ich glaube, jeder EO-West-Spieler hofft irgendwie, dass G2 irgendwas Cooles macht bisher. Oh mein Gott, was ein Fighter oben von den beiden. Crazy. Das ist echt crazy. Aber ich sag mal, also irgendwie finde ich, man muss auch immer so ein bisschen realistisch sein, oder? Es ist halt schon einfach auch so, dass, naja, es nicht so gut aussieht. Schade, da kann ich nicht gut rein in den Fight. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo es Hextech-GLP gab für Weiger? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Das waren so geile Zeiten, Hextech-GLP-Weiger. Weil die Gegner, also, die Gegner hatten nicht so viel Counterplay für deine Spells. Du hattest auch, wie hieß dieses Ghost-Item? Da gab es noch so diese Ghost-Item, die Ghosties. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Okay. Let's try, bro. Holy shit. Destruction. Das ist der arme Kerl. Twin Shadows, genau. Twin Shadows. Die waren so broken, Twin Shadows. Aber leider hat uns Riot die auch schnell wieder weggenommen, deswegen. Aber das war so ein brokenes Item. Das hatte richtig gute Stats. Dann hast du deine Shadows einfach losgeschickt. Und die haben einfach geslowed, wenn sie gehintet haben. Du konntest nicht mehr gegankt werden als mitlein. Ach, das waren so geile Midlane-Zeiten. Das, das, das. Das können wir hier rüber. Oder Chogat zum Beispiel. Der gute alte Chogat. Er hat glaube ich gedrocken sogar, so wie das aussieht. Oder wenn wir nicht mehr... Mehr Damage oder mehr Punkte ins E? Ich glaube, wir können drei Punkte E gehen, weil wir so gefeedet sind, ne? Ne, ich hätte genau den Punkt W gebraucht. Dann hätten wir direkt stacken können. Es ist wichtig, dass wir hier alles einstacken, ne? Wir haben sehr, sehr gute Steckung bis jetzt. Deathfire Grasp-Zeiten. Ja, viele Leute sagen, oh, Deathfire Grasp, was ein tolles Item. Und viele, viele vergessen, dass es noch ein viel, viel besseres Item als Deathfire Grasp gab. Also viel besser. Und das war Sonjas Ring. Ich glaube, das kennt kein einziger von euch, weil es das nur ganz kurz gab. Aber das war praktisch ein Item. Das war Sonjas und Rabadons in einem Item war das. Sonjas und Rabadons in einem Item. Das heißt, wenn du das gebaut hast, hattest du beides. Das gab es, glaube ich, nur in Season 1 gab es das. Klingt fair. Oh, ja. Das wie, jetzt kennt man das vielleicht unter dem Namen Wugglets Witchcap, kennt man das vielleicht. Der Zilean ist Level 6 geworden und hat gewartet dahinter. Ich glaube nicht, dass wir für irgendwas gehen wollen hier, weil ich glaube, der wird kommen. Wir sind so unglaublich strong schon in dem Game. Das ist crazy, man. Also so gepeedet sollte man nicht sein zu dem Zeitpunkt. Unser Damage wird obszön sein. Absolut obszön. Wir haben auch gleich den Turret. Aber ich kann den jetzt gerade nicht nehmen. Wir gehen jetzt Storm Surge into Rubber. Rubber, Rubber. Mit dem Miss. Wenigstens, also wir haben First Turret Top bekommen. Da sind vier Bots. Der Ash Arrow muss hier jetzt gesidesteppert werden. Das ist easy natürlich für uns. Okay, schön, dass du da bist, ja. Gut. Sehr schön, sehr schön. Gut geschaltet von unserem Team. Die spielen dann auch. Die spielen dann auch hier. Gefällt. Mit Lightbringer hier wahrscheinlich. Nicht zu viel Zeitwästen mit dem. Mal weiterpushen, ja. Das ist halt schwierig, an die ranzukommen hier. Die laufen immer weg. Weil sie nichts anderes machen können gegen uns gerade. Wir haben 160 zu 90 CS. Mit Bygar. Goddamn Kingdom Lane. Mit Gesing aus dem Liebe Club. Liebe, Harry. Liebe. Ich meine, ich kann hier nur stacken. Ich komme einfach nirgends ran. Ich habe immer zu wenig Movement Speed irgendwie. Silja hat das anscheinend kein Ult. Wenn der Call stimmt. Wir können schauen, dass der nicht den Herald trägt. Das war nur das Kuh, ne? Hihihi. Niemand kann sogar an mich ransteppen. Weil sie genau wissen, wenn sie an mich ransteppen, sind sie einfach ein Wonderd. Wenn ich laufe, kann ich Nico mich, glaube ich, freischaufe. Schade, Mann. Der war beautiful, aber nicht beautiful genug. Wir wollen unbedingt den Wond 4-2 haben, wenn es geht. Wir können jetzt unten fürs Plane. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht hier Mitte für mich gehen können. Der Oben muss auch ein bisschen Acht geben. Ich kann jetzt lange... Oh, da ist es. Hihihi. Ah, sie kommt nicht. He's not coming, guys. Oh, mein Gott. Ich bin nicht da. Ich muss nur ulten, dann sei, glaube ich, tot. Oh, ich kam nicht ran. Ich kam nicht ran, Chat. Dieses Game gewinnen wir zum ersten Mal heute im Plus. Das hat nicht ein gutes Gefühl? Das Teasing hat echt keinen Führerschein. Wir sind da für Drift gewesen. Wir sollten nach dem Game mal gucken, wie viele von den Worlds-Spielern gerade spielen und ob die in unserer ELO-Range schon sind oder nicht. Aber jetzt langsam muss es doch mal klappen, oder? Es muss doch jetzt mal klappen. Wir spielen hier Tag ein, Tag aus. Hat der Agurin schon einen Worlds-Spieler oder sind wir einfach noch zu hoch in der ELO wirklich? Es kann halt wirklich sein, dass wir einfach zu hoch sind. Gut. Wir müssen immer noch den Sack zumachen. Wir können es gerade nicht wirklich acceleraten, das Game. Mein Gott, ich habe 259 Stacks. Ich habe mehr als 10 Stacks die Minute auf fucking Weiger. Die weiß genau, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, 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 oh. Alter, das ist doch Damage. Holy shit. Dieser Damage, Leute. Das ist aber nicht schön für die Gegner hier. So, die kriegen den unten auch. Wir können einfach durchpushen. Was wollen sie machen? Wir chillen einfach hier, Leute. Oh, da legen wir mal die Hände in die Luft, ne? Beruhigen uns ein bisschen bei dem Spiel. Und das ist doch wundervoll. Endlich im Plus, ey. Wir haben mit drei Looses gestartet oder so. Ich dachte schon, heute kommt der Abstieg nach Diamond 3. Aber vielleicht jetzt sind wir wieder auf Kurs für den Aufstieg nach Diamond 1. Oh, da war nicht so viel Schaden, wie hier war, da war, ne? Wow, beautiful. Oh, absolut beautiful. Auch beide gestaked. Aber leider kommt der hinter uns. Aber wisst ihr was? Wir warten jetzt, bis er sich zeigt. Und dann pot ich einfach weg. He, 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 he. Ah, man kriegt die Feige da. Vielleicht hätte ich ihn nicht wegworten sollen. Weiger, der wird leider im nächsten Patch genervt, weil der aktuell ein bisschen gut ist, der Kollege Weiger. Der ist aktuell schon so ein bisschen gut, der Champ. Aber wisst ihr was sehr interessant ist? Also Syndra zum Beispiel wird nicht genervt im nächsten Patch. Aber dafür werden Yasuo und Yon gebufft, was überhaupt keinen Sinn macht. Weil die beide relativ, ähm, relativ gut sind. Ruf Agurin an, er ist am Operaten. Oh nein, nein. Oh nein, was macht Agurin jetzt? Ich muss sagen, ich bin komplett auf Hawaii-RP-Carry-Botlane. Ja, du kannst... Oh mein Gott, ein Win für Diamond 1, Leute. Wir sind drin. Oh mein Gott, er verliert das Game. Wenn er das Game verliert, dann ist er, glaube ich, entweder... Ich glaube, er ist auf 0 LP. Das heißt, wenn er dann noch ein Game verliert, dann ist er wieder Diamond 1. Dann ist er wieder Diamond 1. Calm down, boys. He's operating. Oh no. Reicht das? Reicht das schon? Kann er hier absteigen? Er schreibt Nice, right, Raven, you too. Oh nein. Ach, ist das wunderschöne. Das Move-A-Farader. Er kriegt vier Honor sogar. Die Cam ausgemacht. Die Cam ist sauer. In Minus 0, ey. No. Wenn er jetzt noch eins spielt und es schief geht, dann ist es vorbei. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt. Ja, no way, boy. German A-Ball. Ja, du triffst jede Q. No way, no way. Du bist der Man, der Lefty Man. Bei der Tat kläbst du jeden Fett.